14.30 Uhr, hallo und herzlich willkommen zu Börse Live, liebe Zuschauer. Einige glauben ja, der Anstieg an den Märkten, der sei besonders bei uns am deutschen Markt ganz deutlich, aber auch in den USA und ganz besonders bei den Technologiewerten, da geht es steil bergauf. Zusammen mit Martin Weiß nehmen wir jetzt mal die Nestec 100 und deren Spitzenwerte unter die Lupe. Stichwort Tech is back. Schönen guten Tag, Herr Weiß. Ja, lassen Sie uns direkt durchstarten mit dem Nestec 100. Da sind wir jetzt knapp unter der Marke von 4.400 Punkten und damit auch auf absolutem Rekordniveau. Was pusht denn hier so? Ja, zunächst nochmal, hallo Frau Klar. Es ist die Ergebnissaison aus dem vierten Quartal, die hier noch ihre Nachwehen letztendlich zeigt. Wir sehen das sehr schön am Chart, die Bewegung nach oben, die letzte Bewegung, die wir hier gesehen hatten. Was sehr interessant ist momentan, ist, dass erneut diese horizontale Unterstützung gebrochen werden konnte. Das ist normalerweise für Anleger ein klares Kaufsignal. Das lockt dann weitere Investoren in den Markt und damit ergibt sich eine ganz neue Dynamik für den Markt. Wir haben es in den vergangenen Tagen gesehen. Es waren aber auch, wie gesagt, sehr gute Quartalszahlen von einzelnen Unternehmen mit dabei. Und wenn wir uns das Ganze mal etwas längerfristig anschauen, nämlich auf drei Jahre, dann sehen wir, dass das jetzt noch nicht einmal ein neuer Trend ist, den wir im Technologiebereich, schwieriges Wort, in den USA sehen, sondern dass sich dieser Trend eigentlich schon seit 2013 immer weiter nach oben schraubt. Ein einziges Mal wurde nämlich hier, wurde der Trend gebrochen. Das war aber nur eine Bärenfalle. Also letztendlich wurden da all jene in die Falle gelockt, die auf fallende Kurse dann gesetzt hatten. Der Markt hat relativ schnell wieder die Kehrtwende eingeleitet und jetzt geht es kräftig nach oben. Kräftig nach oben, also ja allgemein gefasst, aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen auf die Einzelwerte eingehen. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem weltgrößten Internethandelsunternehmen, nämlich mit Amazon. Und Sie haben auch gerade eben schon die Q4-Zahlen angesprochen. Da gab es aber auch so das ein oder andere zu bemängeln bei Amazon, oder? Ja, natürlich. Also zunächst einmal, die Zahlen sind ja überraschend gut gewesen, was die Ergebnisseite betrifft. Wir hatten einen Gewinn von 45 Cent, der ausgewiesen wurde. Analysten hatten im Schnitt für das vierte Quartal mit einem Gewinn von nur 17 Cent gerechnet. Also hier auf jeden Fall schon mal eine positive Überraschung. Negativ wurde auf jeden Fall von den Anlegern gewertet, dass das Fire Phone, also Amazons eigene Idee eines Smartphones, nicht angenommen wurde im Markt und letztendlich verramscht werden musste. Und teilweise wird ja dieses Fire Phone tatsächlich für 99 Cent an die Kunden gebracht, damit es überhaupt noch die Lager verlässt. Aber auf der anderen Seite gab es etwas, was mich persönlich sehr fasziniert hat, nämlich die Ankündigung des Unternehmens, dass AWS, also der Amazon Web Service, demnächst eigenständig ausgewiesen wird. Das deutet für mich darauf hin, dass diese Sparte, die absolut wachstumsstark ist und die ja für viele Spekulationen in den vergangenen Quartalen gesorgt hat, dass diese Sparte unter Umständen sogar eigenständig an den Markt gebracht werden könnte von Amazon. Das würde auf jeden Fall nochmal ordentlich Marktteilnehmer in den Markt reinlocken und auch in die Aktie reinlocken. Analysten hatten zuletzt prognostiziert, dass für 2014 dieser AWS-Bereich letztendlich rund 5 Milliarden Dollar an Umsatz generiert haben könnte. Und das ist deutlich mehr als im Jahr zuvor, nämlich 50 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Also man sieht hier schon ein richtiger Wachstumsmotor. Und ja, die Idee eines Spinos würde auf jeden Fall der Amazon-Aktie jetzt hier sehr zu Pass kommen. Wir sehen natürlich den starken Anstieg in dem Papier nach den Quartalszahlen, wie es hier kräftig nach oben gegangen ist. Und wenn wir uns auch hier mal den etwas längerfristigen Chart ansehen, dann sehen wir, dass wir eine wichtige Marke rausgenommen haben, nämlich die bei 300 Euro letztendlich. Es ist jetzt vielleicht schon, ich will nicht sagen zu spät, noch bei Amazon einzusteigen. Langfristig kann man das sicherlich tun. Charttechnisch würde ich ganz einfach auf einen Rücksetzer warten in den Bereich der Ausbruchsmarke. Das wäre von jetzt angerechnet etwa 9 Prozent, den das Papier nochmal nach unten gehen müsste, um hier wirklich charttechnisch sauber nochmal auf die Ausbruchsmarke aufzusetzen und dann auch kräftig nach oben weiterziehen zu können. Also es ist nicht ganz so die ganz große Eile geboten, aber es ist sehr interessant. Herr Weiß, wenn Sie sagen, es ist nicht die ganz große Eile geboten, Sie haben auch gerade von 9 Prozent nochmal den Rücksetzer gesprochen. Würden Sie wirklich warten wieder, bis man auf 300 Euro zurückgekommen ist oder würden Sie hier schon zukaufen? Nein, ich hätte jetzt also schon gesagt, man muss sich ganz einfach ein bisschen die Zeit nehmen und da muss man nicht unbedingt hinterher springen. Der Anstieg ist wirklich sehr, sehr stark und die Gefahr, dass man dann in eine Korrektur einfach reinspringt, hinterher springt, die wäre mir in dem Fall zu groß. Also von daher, ich glaube, ich hätte da wirklich die Zeit, die 9 Prozent noch abzuwarten. Hinter Ihnen ist momentan schon der Tesla-Chart zu sehen. Da gibt es ja momentan einiges an Gerüchten. Apple soll im Geheimen jetzt ein eigenes Elektroauto bauen und auch Mitarbeiter sollen hier von Tesla schon für wirklich enorme Geldsummen abgezogen werden. Würde das denn jetzt für Tesla, ja ich sag mal, einen Push bedeuten, dass man sagt, naja, wenn Apple eben sich schon den Elektroautos widmet, dann muss das tatsächlich ein Hype werden? Ich glaube, dass es zumindest mal dem ganzen Thema ein bisschen wieder Frische verleiht. Natürlich, Apple sitzt auf einem unglaublich großen Berg an Cashreserven, die vielen, vielen Milliarden Dollar, die da noch liegen und die eigentlich nur darauf warten, irgendwo zum Einsatz zu kommen. Sei es, dass sie ausgeschüttet werden durch Aktienrückkäufe oder aber, und das ist ja die Idee vieler Investoren, dass es hier ganz einfach zu einem Kauf kommt und dann vielleicht auch zu einem Kauf in diesen Elektromarktbereich hinein. Was davon zu halten ist, das vermag ich nicht zu sagen. Ich selber gebe auf solche Gerüchte erstmal relativ wenig. Letztendlich wichtiger, fand ich, waren die Q4-Zahlen, die das Unternehmen zuletzt gemeldet hatte, denn da wurde mal wieder klar, dass Tesla eigentlich von sehr positiven Nachrichten abhängig ist. Wenn wir uns die vorausgegangenen Anstiege ansehen bei dem Unternehmen, bei der Aktie, dann waren immer irgendwelche positiven Nachrichten mit beteiligt, die mehr Anleger reingeloggt haben in den Titel und dafür gesorgt haben, dass sich wieder viele Analysten letztendlich positiv über das Unternehmen äußern und dass der Kurs weiter steigt. Mit den Q4-Zahlen hat sich das jetzt ein wenig verdreht. Erstmal wurden weniger Autos verkauft. Der Umsatz ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Ergebnis ist deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Es wurde ein Verlust statt eines Gewinns ausgewiesen. Und gerade im Wachstumsmarkt China ist es eigentlich noch nicht so richtig angelaufen, wie man sich das ganze Thema vorstellt. Und hier sieht man dann natürlich sehr gut, dass Tesla auch davon abhängig ist. Also wir sehen hier den Bogen, den es gemacht hat. Es ging einfach nicht weiter nach oben. Es gab keine Anschlusskäufe und das ist ein Trend, den wir jetzt mittlerweile, wir haben hier den Jahreschart schon einigermaßen gut auch kanalisieren können. Also es geht meiner Meinung nach erstmal zunächst einmal weiter nach unten, sofern das Unternehmen jetzt nicht ganz schnell wirklich bedeutende Nachrichten meldet. Und so ein Übernahmegerücht von Apple oder dass Apple überhaupt in die Branche rein will. Sie sehen ja, es hat momentan eigentlich keinen Einfluss mehr auf den Kurs. Das heißt, viele Anleger glauben jetzt auch erstmal, dass da der Dampf draußen ist, dass da die Luft raus ist und wenden sich dann so ein bisschen ab von Tesla. Wir sehen das Ganze, ja. Auf längere Sicht nochmal. Genau, wir sehen das Ganze ein bisschen auf längere Sicht auch nochmal. Wir sehen hier nochmal den Abwärtstrend. Wir sehen natürlich auch, wie unglaublich langfristig das Papier nach oben gelaufen ist. Von einem Niveau deutlich unter der 50-Euro-Marke bis in den Bereich um die 220 Euro. Das ist natürlich aller Ehren wert, muss auch irgendwann mal ausgependelt werden. So konnte es ganz einfach nicht weitergehen. Und von daher ist das schon okay. Ich würde vorsichtig sein im Bereich, sobald die Aktie unter dem Bereich der 200-Dollar-Marke fällt im amerikanischen Markt. Denn dann würden wir charttechnisch sicherlich einige Probleme bekommen bei 180 dann nochmal etwas kräftiger. Und bis dahin, es drängt sich momentan ganz einfach kein Kauf an. Wir haben aber noch einen anderen sehr interessanten Wert aus dem Nasdaq 100, nämlich Baidu. Und da muss man sagen, hier lag man eigentlich in den letzten Tagen schon ordentlich im Minus. Sehen Sie da jetzt eine Kaufgelegenheit, die man jetzt nutzen sollte? Sehr interessant. Wir sehen auf jeden Fall mal, dass sich die Baidu-Aktie auf ihrer Unterstützungslinie befindet, dass sie auch momentan noch verteidigt wird. Sollte es drunter gehen, dann könnten wir tatsächlich bis in den Bereich um die 150, 155 Euro zurückgehen. Ausschlaggebend hierfür auch da die Q4-Zahlen, dass es etwas nach unten gegangen ist. Beim Umsatz, beim Ergebnis hat man nicht so überzeugt letztendlich. Und vor allen Dingen der Trend bei den Gewinnmargen, der ist negativ. Und das schon seit Jahren. 2011 betrug die Nettogewinnmarge noch 46 Prozent. Zuletzt waren es noch 27. Das macht vielen Anlegern natürlich zu schaffen, die dann argumentieren, die hohe Bewertung von Baidu ist eigentlich so nicht zu rechtfertigen. Aber was viele ganz einfach vergessen, Baidu hat im letzten Quartal 42 Prozent der Umsätze, die erzielt wurden, schon auf mobilen Plattformen erzielt. Weiterhin die Marktstellung in China unglaublich stark und natürlich auch in gewisser Maße durch die chinesische Regierung letztendlich noch unterstützt. Also von daher glaube ich, dass es langfristig weiter mit dem Papier nach oben gehen wird. Jetzt sollten Anleger vielleicht ein bisschen warten, ob diese Unterstützung gehalten werden kann, die ich gerade eingezogen habe. Und wenn die hält, dann könnte man auch sicherlich wieder in eine Position eingehen. Bei eBay hat man ja in diesem Jahr einiges vor. Gerade fährt schon der Chart hinter Ihnen rein. Also zum einen steht natürlich die Abspaltung von Paypal in diesem Jahr an. Da hat sich Warren Buffett ja tatsächlich durchsetzen können. Aber vorher sollen natürlich auch noch Tausende von Jobs gestrichen werden. Wie bewerten Sie jetzt diese Nachrichten? Was würden Sie bei eBay den Anlegern empfehlen? Also das Einzige, was momentan den Kurs noch beeinflusst, ist tatsächlich die Idee, dass Paypal abgespalten wird von eBay und dass letztendlich damit dann neue Werte geschaffen werden oder Werte freigesetzt werden, die es so vorher für die Anleger nicht gab. Dass dadurch natürlich im Vorbegriff schon auf diesen Spin-off Anleger in das Papier einsteigen werden und der Kurs hiervon profitiert. Das sehen wir natürlich auch eigentlich ganz gut, wenn wir hier eine etwas längere Linie einzeichnen. Das war letztendlich der Widerstand, der dann gebrochen wurde. Und meiner Meinung nach ist das alleine, der jüngste Kursanstieg alleine, dadurch verursacht worden im Hinblick auf den Spin-off, in den ich auch selber rein investieren würde. Also wenn ich spekulativ orientiert bin, wenn ich jetzt eventuelle Kursrücksätze auch noch aussitzen kann, dann würde ich mir ein paar eBay ins Depot legen und ganz einfach abwarten, was passiert. Denn irgendwann, wenn alles planmäßig läuft, dann werde ich ein paar Anteile von Paypal noch dazu bekommen. Und da bin ich zumindest mal, was das Wachstum betrifft, auf der sicheren Seite. Herr Weiß, ganz zum Schluss haben wir noch einen Urlaubswert, so möchte ich es fast nennen, nämlich TripAdvisor, die Online-Touristik-Seite. Ganz kurze Einschätzung noch von TripAdvisor, bitte. Ja, nach dem rasanten Anstieg, einen kurzen Rücksetzer abwarten, vielleicht bis auf die Marke 70 Euro, 69 Euro und dann auf jeden Fall für spekulative Anleger durchaus eine Wette wert. Dann sage ich vielen Dank für diesen Überblick vom Nestec 100, Martin Weiß. Gerne. Liebe Zuschauer, soweit für den Moment. Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung, dann geht es hier weiter mit Börse live und dann schauen wir natürlich auch direkt mal nach Frankfurt, aufs Frankfurter Parkett zu Franziska Schimke. Also bis gleich.